Wo komm ich? 4 Tattoo hat mich nicht hinterwappt Scooby, die sind super high level Haltet noch ein bisschen durch, guck mal Oh ne, die ist abklingzeit, das ist nicht so gut 4 Ich verfehle auch ein bisschen, muss ich zugeben 2 der 4 Verfehlt mal wieder Haben sie denn den Stu 35? Waren die nicht eben noch 25? Waren die nicht? Zu welchem Level sollen wir denn hier leveln? Im Asiental ist doch schon alles super low Vielleicht weiter im Osten nicht Aber Da haben wir doch auch schon Das war ja auch fast Da haben wir ja schon einige gemacht sogar Einige? Ähm Soulburn Ich versuch mal ein 4 rauszukriegen Oh nein Ähm Oh shit, ich hab aus der Range Hilfst du auch so gut wie ich? Ja, kein Mann Ja Trank Fuck Fuck Stots drauf Ich heal dich Ich, ich treffe nicht Healing wäre gut Anschließend brauche ich mal Oh, ich habe einen dort getroffen Verperrt denn der noch hier, ey Du musst das machen Du musst das machen Pfff 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 Oh Oh Den habe ich zu Afrika gefahren Weil der Öl kann jetzt aber Wegstuhl für 26 Aber der Mann selbst ja nicht Das ist vielleicht auch nicht der eigentliche Eingang, den man nehmen sollte Ja Hast du jemals den eigentlichen Eingang genommen für ein Levelgebiet? Ich will Elwin Forest zählt nicht Ich will nur die Quests Ich will nur die Quests Das ist aber echt keine Zahl Wer kämpft eigentlich gegen wen? Sind das Gnome? Consider it, dass es Gnome-Bot heißt und das andere Goblin-Bot kämpft wir wahrscheinlich Hexen gegen Vampire Ja Ja, ja, ja Pfff Mach dich ruhig lächerlich Mal Hm Hm Gnome Koblen sind ja Hm Gott, ich komme nicht darauf Ja Nein 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 Oh Ich gehe hier mit keinem Erfahrung für die Ne, irgendwie Die Dieses Gebiet ist von vorne bis hin scheiße Oder ich bin hier im Combat Aber ich kann auch eh immer Oh, das Verheerlich Ich versteh das nicht Joby ist mal so sicher Ich will diese Karte mal ausfragen So Wenn man mit ihm Ach, diese Karte hat nur unheil hervorrag Ich bin sicher dir das nicht Ich kann Sollte mal kurz. Sollte mal kurz. Sollte mal kurz. Sollte mal kurz. So. Sollte mal kurz. 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 ... Sollte mal kurz. Tja. Livas. Mui–bem. Puh, wir haben Dämonen beschworen. Super! So, hier gibt es auch keine Quests. Das ist echt impossible. Ja, wie kann denn... Hier wird es ja wohl kaum Hinleitungsquests geben, das Steinkreingebirge, dass man sonst echt null kriegt. Ja, das wäre echt komisch. Verzeihung, Blizzard-Mitarbeiter, die das Let's Play sieht. Erklärt uns das bitte. Ja, das ist ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen. Ja, hier sind die Mobs, 28, das wäre doch wohl eigentlich angemessen, hier Kwestern zu haben. Ja. Oha, da kriegen wir gleich so einen Kracher. Oha, hier ist was. Bei mir piept es immer ab und so, ich weiß jetzt nicht was es ist. Jetzt halt die Schuhe mal, wie so ein Vogel, als wenn er nachher eingesperrt wäre und immer nur alle 10 Minuten oder alle 20 Minuten einmal so. Und was ist es? Der Feuermelder, wenn die bei dir nicht langsam alle gehen. Ach. Da 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 dum dum dum. Bööööööö! Wohoho Wollen wir hier abkürzern nehmen? Und wir springen auch Jetzt geht's mitten in der Mitte durch Ah so freaking funny In meiner Lage willst du nicht lachen und keine Zähne mehr hätten Ohne Zähne kann man ja nicht lachen Na da stehen wir echt immer da weil die dumm sind Ah Scooby hat hier natürlich Agro wie soll's anders sein? Ah Scooby hat hier natürlich Agro wie soll's anders sein? Reifte Wenn der Healer mich eh schon healt Ist das sehr cool Hehehe 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 Ein Boss Hehehe Hehehe Yo Hi那個 Come już Ich have to get your life-nya I can forget it Sugar Jut Tut Ich wenn Ich so das Da braucht er echt Mana Break Oh nein, das funktioniert Den Tankermatch starb Aber für Tankermatch gibt es echt viele, wenn du vorkommst Dabei wollte Blizzard den Tankermatch tot sehen? Habe ich gezahlt? Oh, gehe ich nicht Oh mein Lehrer hat keinen Punkt gekriegt Ich habe nichts zu trinken Vielleicht habe ich doch irgendwas Ich kann dir dieses gewinnen Das war's Oh nein Impossible Mein ami Impossible Und was ist denn jetzt das Problem von den Leuten? Der, der, die, die schnuppern da drinnen Wir machen schon mal weiter Das war's Das war's Das war's Das war's Das war's Wen wollen wir denn jetzt plötzlich kicken? Den Hunter? Der hat doch mitgehört Den Bären, oder nicht? Hm Komm davon, wenn man daran schnuppert Ich will mal kurz Kekse Okay Dann können wir doch meinen, dass ein Hunter das hängen können Ja Ich liebe Spekulatio Ja Ihr wirft ja auch von der Pirates OH Wir spekulieren Ich liebe Weihnachtszeit Wir Geschichten Ich liebe Spekulatio values Butter Spekulatio values Gewürz Spekulation Ja, Weihnachtszeit ist echt. Ja, Weihnachtszeit ist echt. Ich weiß, dass es im September schon Süßigkeiten dafür gibt. Mhm.